Hi Leute und willkommen zurück zu Hyrule Warriors, Zeit der Verhehrung. Wir möchten ein kündliches Grotte starten. Wir haben beim letzten Mal den König selbst gesteuert. War echt cool eigentlich, gerade weil er dieses Switchen hat zwischen seinen Verkleidungen, sag ich mal. Ist eigentlich richtig cool gewesen. Gefällt mir. Eigentlich gefällt mir seine Landstreicherform sogar noch ein bisschen besser. Ja, wobei wir müssen es ein bisschen austesten. Aber er hat mir auf jeden Fall generell gefallen. Das Schild haben wir jetzt nicht verwendet. Schade. Naja, werden wir bestimmt noch mal machen. Der hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Wahrscheinlich weil einfach so wie Link ist, einfach nur mal stumpf draufkloppen. Ohne große extra special irgendwas Funktion. So König, ich habe dir eine neue Waffe gegeben. Das ist nicht deine Waffe, die ich dir gegeben habe, oder? Hast du so eine Herzige Shrek gegeben? Kann ich mir das vorstellen. Komm mal her. So. Gut. Moblin. Bang. Was tust du hier? Auf den Weg zum Ziel. Ja, wir sind dabei. Wenn, am besten. Schau mal vor. Oh, warte. Nice. Ah, ich verkehrtet. Klar. Ich glaube, ich hätte werden müssen. Okay. Ich glaube, ich bin der Ball. Ja. Ja. Nein, das ist okay. Oh, nicht. Wahaha, machen wir wieder so. Jetzt wo beide hier sind. Wunderst du. So. Sehr nice. Wir können nicht viel nach oben. Machen wir. So, wir hatten noch relativ viel Leben. Ah, komm mal her mit der Gagel. Oh, ich mag nicht. Au. Und anzündet. Nein, zu spät. Wir brauchen unsere Stärke. Da muss keiner drauf vertrauen. So. Gut. Ich hoffe, das war nicht alles, was wir jetzt hier machen mussten. Oh. 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 Ah, das ist ganz schön einfach. Ups. Wow. Wow. Okay. So viel zu einfach. Ah. Stehen beide. Schön. Zweiter. Wow. Äh. Okay. Nein. Haha. Wieso das? Ups. So. Jetzt noch mehr Auftrag hier davon. Können wir ein dritter? Ich bin hier gespannt, ob da jetzt noch einer aufkommt. Genau. Voll in ihm schlagen. Oh. Aber fast schon. So. So. König. Jetzt lang zu drauf. Na ja. Gut. Wir wünschen wir mal. Exzellent. Drehen wir fort. Da mal hin. Wo willst du hin? Hier lang. Okay. Ach. Da lang. So. Was erwartet uns hier? Was erwartet uns hier? Das war alles? Sollten wir bis hierher laufen? Mhm. Und die Regner sind besiegt irgendwo. Okay. Okay. Schön. War eine relativ einfache Mission, muss ich sagen. Außer, dass der zweite Hinlock-Songer plötzlich auftauchte. Ja. Das war ähm. Interessant. Okay. Tage-Level erreicht. Dann können wir endlich mal wieder was verkaufen. So. Das weg. 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 Noch irgendwas Schlechtes? Ah. Passt schon. Nehmen wir. Nehmen wir. Schön. So. Jetzt werden wir noch eine Sache kaufen müssen. Und dann haben wir, glaube ich, die Karte fertig. Außer es kommt noch wirklich wieder irgendwas. Aber ich denke nicht. So. Sagt er und es tauchte wieder was auf. Hm. Ah. Okay. Kaufen. So. Blöd Mann. Habe dich auch. In mir sprudelt die Kraft nur so. Ah. Und jetzt hat er jetzt neue Fähigkeiten. Das ist schon mal gut. So. Und das ist jetzt halt das Letzte. Haha. So. Hier möchte ich aber einen König dabei haben. in einem Pflicht tun, wie es sich für einen König geziemt. Sei bitte vorsichtig. Klar ist er vorsichtig. So. Wenn ich ihn auch nochmal auf. 64 Pumpen. Jo. Wenn er genauso gut ist. Äh. So. Voll falsch. Wo ist... Äh. Ah. Da ist es. Jo. Äh. 64. So. Dann gucken wir doch mal. Kann ich seine Waffe noch? Bisschen aufwerten vielleicht? Jo. Kombinieren. Äh. Großer. Dann. Einmal in Stufe 3. Ist ja schon mal ein bisschen besser. So. Zelda. Deine Waffe. So. Die habe ich ihm einen Bogen gegeben. Ja. 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 Den werden wir auch weiter aufrüsten. So. Und den da. Oh. Huh. So. Das hier möchte ich eigentlich nur aufbauen. Deswegen sperre ich den mal. Ja. Ähm. Oh ja. Nichts Gutes dabei, ne? Den noch. Den noch. Den noch. Jo. 27 ist ja das höchste. Hm. So. Alle behelfen. Perfekt. Hm. Hm. So muss das reichen. Ähm. Mission. Ah. Ich hoffe, die schaffen es. Ähm. Futtern werde ich erstmal nicht. Au. Nur. Terror einhalten. Oha. Nur ein paar Wichter. Fliegende. Stehende. Bewegende. Ultraschwere. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht waren die auch nicht dabei. Oder nur die Ultraschweren. Ah. So wie das aussieht, werden die wahrscheinlich sich aufteilen. Die drei. Oder? Dass ich mit allen drei kämpfen muss. Kann das sein. Naja. Dafür habe ich es ja ein bisschen verbessert. So soll es ja sein. Von dir gestalten Charakter kannst du mittels. Ja. Gut. Wenn sie mir das hier schon sagen, werden sie das wahrscheinlich auch wichtig werden. Glaube ich. Ich will nicht gezwungen sein, bestimmt Charakter spielen zu müssen. Okay. Wir können jetzt hier hin und her switchen. Ja. Aber. Ihr wisst was ich meine. Ich will Link weiterspielen. Oder. Hör auf. Die ganze Zeit was zu machen. So. Es geht doch 20 Minuten. Alter. Ja. Haha. Beide. Jawohl. Du. So. Die Kampf bau ich noch. So. Egal. Wir fahren jetzt weiter. Wow. Wie ist das denn? Haha. Yo. Dreh ab, ey. Okay. Oh wow, jetzt kann ich mich auch in die Luft, okay, ich hab's versucht. Ah, jetzt fliegt er mich an. Ach, nö. Wow. Nein. Wow, ich verliere, warte mal. Ich muss noch Act addsen, muss ich sagen. Ich muss den Weg gehen. Wow. Aber jetzt endlich mal. So. Kiemen sind mir zu nervig. Wie er noch amüsiert wird. Yo. So. Jetzt kann ich mich um dich kümmern. Oh, mein kleiner. Oh. 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 Das wäre echt nett gewesen. Ja. Wenn die mir ein bisschen Heilung gegeben hätten. Oh Gott. Ah. Das wäre was. Was zum. Ich bin weg. Oh. Na. Und du bist auch weg. Ich bin weg. So. Was ist das hier? So. Ich hab... Hallo, es ist durch da ran. Dankeschön. Huh. Da mal Heilung. Was ist das denn für ein Wenderwächter? Eiswächter? Ha! Nein. Das was wir erst machen. Schön, Deck weg. Das war eine schöne Mission, wenn man wirklich mal hier ein paar Wächters haben will. So, jetzt weg mal wechseln. Moment. Jetzt müssen wir Link mal kurz ein Befehl geben, da hin zu gehen. Okay. Zelda. Gehst auch da hin. Wow. So ist es recht. Mit diesem. Ich sehe nichts. Wie unvorsichtig. Genau. Du bist unvorsichtig, ja. Nein. Steh auf. Ah, jetzt kannst du nicht geschehen. So. So. Der König. Zeigt was er kann. Uuuu. Lass da weg. Oh, der ist cool. Leidigkeit. Ha. Hey. Oh, der ist weg zum Wurzeln. Meine Kraft ist auf dem Höhe gebrochen. Ah, komm. Ich bin mit dem König an. Das sollte reichen. So. Komm schon. So. Rauf. Weg. Ha. Von weg. So. Dann haben wir Wächter besiegt. Boah. Wie weit Link und Zelda laufen ist. Häftig. Okay, drei weitere Wächter. Ah, schuldigung. Autsch! Machen wir jetzt wieder zurück. Schöne Sink. Schade, ich habe ihn nicht gefeilt. Mega lecker. So. Wie aus dem Schwert gerade die Axt. So. So, hau ich ihn weg. Oh, shit. Hallo? Kann ich das mal lassen? Wir blühen. Ah, das sehe ich nicht ernst. So. Das kannst du jetzt mal knicken hier. Wow! Ah, egal. Komm. Zwischen euch. Macht das. So, wie es da ging gerade. So. So. Ist auch weg. Ah, zeitlich passt. Super gut. Okay. Das war alle. Okay. Nicht. Selder brauchen wir nicht. Aber ich habe trotzdem ein bisschen Heilung mehr nötig. So, wir hätten viel mehr töten sollen. Aber egal. Einen Wischmob. Warum kriegt er einen grünen Wischmob? Ich will den nicht. Ah, schön. Warum hat er noch ein paar Wachen gekriegt? Okay. Geju, warum? Toll. Jetzt habe ich hier zehn Kerne von. Und vorhin noch extra zwei gekauft. Na, was war das vorhin? Für den anderen. So. Gut. Dann hoffe ich, dass wir jetzt eigentlich alles haben. Und die nächste Mission starten können. Von der Story her. So. Ich glaube, das ist dann noch nicht die letzte Mission. Weil Worm immer noch nicht seine dritte Leiste hat. Demo, die wir da auch noch kriegen. So. Wir haben jetzt alles, bis auf diesen blöden Scheiß hier. Das Blöde ist halt die Kruksamen. Aber, nee. Komm. Geh weg. Das einzige, was ich nicht machen möchte, die Kruksamen sammeln. Dann müsst ihr euch alle möglichen Hauptmissionen nochmal durch. Und die Dinger sammeln. Nee, gut. Dann werden wir beim nächsten Mal die Rückerbogen Hygurls starten. Links ist ja der 90. Hammer. Und, ja. Mal gucken, wie wir uns dabei schlagen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.